hier hoch was hab ich ja nicht für eine Scheiße gebaut kann mir das mal jemand verraten nein auch nicht du? nein du auch nicht? hm so ok schade gut muss ich eigentlich lang ich geh mal hier lang das war doch garantiert richtig oh ja Tatsache in der Tat in der Tat und Kühlein ist noch da geile Kuh die sagt mu die geile Kuh macht mu shubididu ok hier oben Bugs sind völlig bekackert bitte sag mal dass da eben eine zweite Kuh war oh mein Gott das war ja sowas von derbstgeil ja wie könnt ihr unsere Gehirn fortpflanzen lassen yay so als erstes hier erstmal schön geil abbauen ne ja ok man hätte mir der Modmacher nicht sagen können hier dass die Kühe auf den Ohrblöcken spawnen ey ich das ist doch was geil ist wenn wir dann ne Lederfarm haben und wir uns erstmal ne freshe Lederrüstung machen können wir uns die direkt mit Lappes blaufern runter ich habe letztens in einem Kommentar gelesen liebe Grüße an den Kommentarschreiber ähm gutes LP warum bist du nicht berühmt ja gute Frage frage ich mich auch oh so viel Lappes ähm pff keine Ahnung ihr müsst mich mehr supporten sag ich mal so ähm ihr wisst ja wenn ihr so links so diese komischen äh Wortkombinationen die keinen Sinn ergeben für jeden Durchschnitts Bürger ähm also links wenn ihr die dann weiter verschickt und diese Links halt zu meinem Channel führen oder zu meinen Videos Diamant ähm dann keine Scheiße kann ich nicht abbauen verflucht seist du grausame Welt außer wenn ihr diese Links halt weiter schickt damit könnt ihr mich unterstützen und somit werde ich natürlich auch wieder berühmt und je berühmter ich werde ähm desto mehr LPs kann ich rausbringen und je mehr LPs ich rausbringe desto berühmter kann ich werden was weiß ich na ihr wisst was ich meine ihr versteht mich schon ach ja vielleicht fange ich auch noch mit Speedarts an mal schauen ich bin nämlich künstlerisch begabt hu 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 riecht dir das wie das müffelt das ist mein Eigenlob hier plop plop auf alle Fälle demnächst obwohl soll ich's schon verraten ich bin mir noch gar nicht sicher ob das überhaupt was wird ähm Ihr kennt vielleicht noch, wenn ihr so aus dem ganz alten Eisen seid, dann kennt ihr vielleicht noch Olli. Der Grund, warum dieser Channel JFBlobs heißt, ich hasse es. Der Grund, warum dieser Channel JFBlobs heißt. Und es wird schon wieder Nacht. Mit dem fange ich jetzt einen neuen Channel demnächst an. Worum es geht, sage ich nicht. Das Channel-Design habe ich bereits fertig. Und so, ne, weiß Bescheid. Und dann wird demnächst auch schon bald das erste Video auf dem Channel erscheinen. Und den Channel müssen wir auch noch machen. Und ich werde jetzt nicht sagen, welchen Namen wir nehmen wollen, da ihr uns dann den wieder wegklaut, ihr scheiß Kopierer, ey. Und, ja. Wird halt geil. Wird richtig geil. Oder, was ich mir jetzt angewöhnen muss. Panjem. Das wird richtig Panjem. Oh ja. Blumchen. Bestimmt ist da irgendwie wieder ein Viech drin. Habe ich ein Schwert? Nein, natürlich nicht. Haben wir hier unten ein Viech? Nein, jetzt spawnt hoffentlich nichts mehr. Rüde geht's gut. Das ist super. So mal als vorneweg-Info. Was ich so agen wollte. Oh scheiße. Jetzt fällt mir gerade auf, dass wir beide Kühe da sind, die sich vielleicht runterschubsen könnten. Was richtig. Scheiße. Wir haben ein Eisen. Wir müssen gleich erstmal wieder auf Eisensuche gehen, damit wir Diamanten etc. abbauen können. Ja. Ich bin auch so richtig schön toastig heute mal wieder veranlagt. So, sowas brauchen wir irgendwie. Und Kohle rein. Eisen jetzt druff. Uff. Immer druff. So. Aufs Bettchen. Ich hab verlernt, wie man schnarcht. Ähm, gut. Weiter geht's. Ähm, erstmal noch Creeper. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Oh mein Gott. What the fuck, Alter, wie das aussieht. Da überall. Oh mein Gott. Da können wir uns ganz schön viel Bohnenmehl erhaschen. Aber auch Zombies. Aber die Creeper sind... Warum, bitte? Warum? Warum müssen wir erstmal auf Creeper-Jagd gehen? Komm her. Da kommt schon eine erste. Angecreept. Oh mein Gott, ich glaub, das war eine völlig beschissene Idee. Au. Warum? Wir müssen mir von solchen Ideen abraten. So. Ah, das sieht aber schon sicher aus. Komm her. Boah, kriegen wir erstmal voll fresh was hier zu mampfen. Om nom 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 nom. Om nom 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 nom. So. Haben wir hier noch mehr Creepsy? Ja, die Plural von Creeper ist Creepsy. Lass mich. So. Hier wachsen auch so viele Blümchen. Das find ich ja richtig... Hübsch. Om nom nom nom. Om nom 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 nom. Om nom nom nom. Oh, der hat direkt zwei gedroppt. Haben wir noch was geiles hier? Da ist noch ein Creeper. Oh, der hat ja ne geile Fresse, ey. Okay. Okay. Boah, ich weiß noch, als ich angefangen hab mit dem Minecraft damals, wie ich Schiss hatte vor den Creepern, ey. Okay, das war gerade ziemlich gut. Dann können wir uns auch TNT bauen. Können wir uns, glaube ich, sogar schon. Ach, verrottet das Fleisch nämlich auf alle Fälle mit. Das ist richtig gut, dass wir so viel bekommen haben. Oh, no, 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 no. So. Jetzt geht's aber erstmal wieder nach da oben. Oder? Nee, gar nicht. Wir müssen erstmal wieder ein Stückchen Eisen finden. Aber der lässt sich ja leicht am Rand finden. Ihr seid scheiße! Mann! Sagt mir Bescheid! Ich bin zu inkompetent, an solche Sachen zu denken. Mann! Äh. Mir fällt das auch erst... Mir fällt das auch erst zu spät auf, immer. Äh, hier. So, dann fangen wir einfach mal hier an. So, wenn's zu laut wird... Euer Problem. Warte geht's. Und das sagt auch gleich die Framerate ab. Ich find diese neuen Spinnengeräusche irgendwie sehr... Ja. Schön. Hübsch. Erinnert mich an... Gummibärchen. Nein, 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 nein. Ach ja, übrigens. Wenn ihr mal hier im LP sein wollt, so... Ne? So wie der gute Jay, der macht's gut. Der ist ein super Beispiel. Ähm, edit mich auf Steam. Mehr müsst ihr nicht machen. Und ich glaub, ich bin hier... Ich bin hier richtig... Äh. Edit mich auf Steam. Äh. Wie ihr mich findet, ist nicht schwer. Ich heiße Deutsche Elfplops, ne? Klar. Ähm. Eine Verlinkung hab ich euch sogar auch gegeben. Äh. In der Kanalbeschreibung. Hier oben wird's dann gleich wieder anfangen zu leggen. Ich wollt doch hier gar nicht... Intoleranz und alles, was dazugehört. Toll. Können wir jetzt erstmal um das Gold... Äh, Gold, was glaub ich? Um das Diamant rumbauen. Hat ja auch was Tolles, ne? Wahrscheinlich werden wir hier hoffentlich auch noch Eisen finden. Hoffentlich ist die Musik jetzt für euch nicht zu laut. Ich glaub, ich mach die erstmal kurz ein bisschen leiser. Moment. Besser? Ja? Gut. Ich weiß auch gar nicht, wie ich den Timer eingestellt hab. Äh. Ich wollt ja eigentlich eine Stunde aufnehmen. Ich weiß auch nicht, wann ich angefangen hab. Ich zeug jetzt einfach so lange, bis ich keinen Bock mehr hab. So, Ende mach ich ja sowieso immer. Ja, komm, sagen wir... Bis halb zehn. Heute am Comedy... Äh, Dienstag. Läuft irgendwas Tolles? Hm. Muss man überlegen, ne? So, die Abendplanung ist immer sehr wichtig im Leben. Ohne die... Wird man Hartz-IV-Empfänger. Was? Nein. Äh. Oh mein Gott, ist hier viel... Stein. Also... Tolle Sachen aus Stein, wenn wir uns auch bauen können, hab ich ne... Ne, natürlich nicht. Ach, wir kriegen ja sowieso unendlich Schnee. Dank Rüdiger, unserem guten... Uten... 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 Galten... Guten alten... Schneemann. Schneemann. Klopp. Ist das spannend, ey. Hallo, Kuh. Womit locke ich dich an? Locke ich dich damit an? Nein. Dann locke ich dich mit dem anderen Zeug an, das ich nicht mithabe. Weil ich einfach... Und so, ne? Auf alle Fälle wird das so richtig... Panium. Panium, Definition, Insider. Ich will es vermehren. Jeder soll es sagen, keiner soll es verstehen. Und dadurch... Und dadurch, dass ich weiß, dass meine ganzen Freunde, die Panium sagen, sowieso mein LP hier nicht gucken und verfolgen, kann ich dir so viel sagen, wie ich will. Denn die sind strikt dagegen, dass ich das verbreite. Aber ha! Jetzt ist es auf YouTube. Smaragd. Smaragd ist so mit das Unnützeste, was es gibt. Gut, okay, man kann damit hübsche Stein... Hm, hübsch Stein machen. Wir haben kein einziges Eisen. Der will mich doch... Okay. Oh mein Gott. Ich darf hier nicht einfach so lang spazieren. Au. So, okay. Geschafft. Jetzt grasen wir erstmal hier fresh den Rand ab. Um nach geilem Eisen zu gucken. Denn wir brauchen drei Stück davon. Um den guten, also den richtig guten Stuff abbauen zu können. Da haben wir es auch schon. Ohne Spitzhacke. Diese Kuppeln, sie machen mich verrückt. Ich werde irre. Ich, ich, ich esse die Schafe. Von innen nach außen. Während sie leben. Klingt jetzt gut, ja. Danke der Nachfrage. Ähm, Rüdiger geht's auch gut. Das weiß ich. Ich hab ihn gefragt. Äh. Wir brauchen drei. Was mach ich eigentlich für einen Mist? Ach so, stimmt. Wir brauchen jetzt mal überhaupt... Brain AFK FTV. So, jetzt aber. Sag mal, waren die Bäume hier eigentlich schon immer? Oder hab ich die gepflanzt? Boah, ich krieg grad voll die Gänsehaut. Ich weiß nicht warum, ey. Schlimm, schlimm. Gib mir. Hier. Mie. Äh. Äh. Ja. Okay. Bam. 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 Äh. Woran merkt man, dass ein Spieler gelangweilt ist? Richtig. Er singt die Musik des Spiels mit. Ah, zwei Eisen. Das wird ja immer besser. Hier. Kloppen wir das Glas mit dem... Hier. Zombie-Fleisch weg, du. Haben wir keine Schmerzen. Äh. Gib mir. Gib mir. Ja, okay. Gut. Ja. Das wird aber auch noch richtig... Panjem. Ja, genau. Ich gewinne es mir an. Also, dieser Tower, der wird so richtig... Panjem, Junge. Das sag ich euch. Oh, das ist wahrscheinlich übersteuert dabei das Mikrofon auch immer so richtig geil, wenn ich Panjem sage. Gib mir Eisen. Zwei Eisen noch. Zwei Eisen. Zwei Eisen. Mein Schatz. Mein Schatz. Okay. Gib mir. Noch einen. Ja, komm schon. Das ist ja wie so ein Spender. Ja. Gib mir nicht. Oh, okay. Ja. Komm schon. Ja. 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 Vielen Dank.